Herzlich willkommen zurück zu Makwa! Oh, so Mots auch. Danke, Amy. Ja, ich bin wieder dabei. Drei Stück. Ich dachte auch von meiner Mama. Papa ist gerade abbeiten und dann kann er uns nicht stören. Das heißt, da müsste das eigentlich hin. Da müsste das hin. Das heißt, der müsste eigentlich hier hin. Warte mal, den müssen wir... Den machen wir mal wieder weg. Dann müssten die beiden Tieren... Ich hoffe, das ist richtig. Und der hier muss auf den letzten Platz. Mama, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ah, okay. Der Loli, ja. Okay, dann hätten wir das ja hier... So, die drei Stück müssen denn da hin. Ach, okay. Dann hätten wir das. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich mit X-Net Wobt hinkriegen. Ja, viel Spaß. Wie geht das hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Chemical... Chemical... Dissolution... 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 Schamba... Den brauchen wir auf jeden Fall. Wursche... Ja... Warte mal, wir müssen den auch sortiert anpacken, sonst komme ich nachher wieder durcheinander. Ja... Ja... So, so und so. Und dann müssen wir auch noch gucken, wie wir das jetzt alles noch hinkriegen. So... Nicht der Mikro... Hier war es gerade zu dunkel. Ja, hier war es auch gerade nur dunkel, aber... Okay... Damit müssten wir ja eigentlich... Da gibt's aber anscheinend nix anderes. Emi, hier auf der Mikro umzu... Hier und her zu wackeln, das hört man immer alles in der Aufnahme. Das müssen wir herstellen. Aus Blut. Oh... Aus Wasser, okay. Aus Wasser, gut. Aus Wasser kriegen wir das allerdings hin. Dann haben wir das ja schon mal fertig. Dafür brauchen wir aber... Rotary... Warte mal... Rotary... Dafür brauchen wir das Ding. Dafür brauchen wir das Ding. Dann müssen wir das am Wasser anschießen. Ähm... Wo fange ich denn hier an, überhaupt? Das ist dann schon Abend, wir sind morgen. Ich fange da an. Glaub ich. Das brauchen wir dafür. Das brauchen wir Wasser gleich. Wenn wir Wasser haben, haben wir das Zeug. Ich weiß aber nicht. Ist es Gas? Ist es kein Gas? Ist es... Ähm... Okay. Also... Das haben wir hier schon mal fertig. Das ist gar kein Problem. Sulfurik-Archid. Item to Gas. Ah! Ah! Okay! Davon brauche ich die ganze Sulfur. Okay, Sulfur her. Okay. Hey. Oh Gott. Das war ja super. Das machen bestimmt sieben Stück. Oh. Alles klar. Hm. Aber... Wenn wir das unbedingt machen, dann haben wir mich, glaube ich, ein Problem. wenn wir das unbedingt machen, dann haben wir mich, glaube ich, ein Problem. Nein. Ich wollte das ja so machen. Sulfurdextru... Oxygen haben wir ja. Oxygen stellen wir ja die ganze Zeit her. Das ist nicht das Problem. Aber was ist das hier? Ah! Dafür brauchen wir... Sulfurdioxide. Dafür brauchen wir aber nur 100 MB. 100 MB. Ich weiß nicht, wofür man das andere... Nein. Anders. Ja. Auf den Blick. Ich glaube, wir sollen bald mal Essen noch. Und da kriegen wir 2 MB raus. Also das heißt, das hier ist nicht gerade die tollste Variante. Wir wollen das hier herstellen, müssen das hier aber haben. Okay. Was? Deponie? Was hat sie? Ja. Da muss ich gleich mal kurz nachgucken. Das heißt, wir brauchen... Wir brauchen gleich noch die Zink dahin. Wir müssen gleich gucken, dass wir den Stromkreis hier ein bisschen schließen. Dass sie hinten rumführen irgendwie. Aber wisst ihr was? Das machen wir zuerst. Oh. Ja. Das machen wir auf jeden Fall zuerst. Wir müssen da auf jeden Fall lang. hier. Wir kriegen das hin. Gar kein Thema. Das wird hier fleißig umgebaut. So. Was da machen wir das. Und sonst machen wir das alles mit Xnet. Dann haben wir hier nämlich schon wieder zu. Die Kabel können wir weg machen. Aber wir können ja hier auch das Stäbchen benutzen, ne? So. 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 So dann. Ja das wird ja richtig cool. Und gleich. Das könnt man ja jetzt alles abspeichern. dann das x net kabel ist das ein konnektor das ein konnektor mit zwar auch aber eigentlich wollte ich das kabel haben mit tor machen wir immer weg obwohl wir müssen erst mal gucken wie das überhaupt in bau und wie das da rein und mal hinten einfach nur da müsste die tür aber einen weiter dann müssen die tür hier hin und dann machen wir hier wieder so viel platz mache einfach eine doppeltür problem gelöst dann machen wir hier den controller hin zack dann machen wir den controller weg die kabel kommen auch weg die buchten im moment auch nicht den haben wir da schon hingestellt richtig den haben wir da schon hingestellt das heißt der kann erst mal weg dann können die hier weg ich glaube das bruchte extrem viel platz gleich das kabel müssen wir lassen das kamen wussten damit dran ach du kacke die sind ja noch voll da kommt das aber gleich ausprobieren das ist das schön so schön so schön man muss leer machen wir machen und das hier alles rein so 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 kann das hier weg der ist auch noch voll der muss auch noch da aber egal okay das ist nicht mehr voll der hier ist allerdings so voll ja die tasche ist auf jeden fall voll der controller kann jetzt erst mal weg ich hoffe das klappt auch alles so mit der controller wie ich mir das vorstelle und hier werden die ganze chemische sachen hergestellt hydrogen ich weiß gar nicht was daneben produziert wird ich glaube aber das ist das hier oxygen hydrogen hier wird auch irgendwas nebenbei hergestellt da weiß ich aber noch nicht was das hier ist aber nein was hast du jetzt gemacht du bist ball wie ist das ding wenn jetzt noch mal weil du mal müssen herstellen nein ist das hier da wird so die jugend nebenbei hergestellt elektronik separator elektronik separator nein elektronik separator das den gruppen naja jetzt ist es weg ganz einfach geschichte wenn ich einfach gefackelt so wir müssen erstmal gucken wo was denn überhaupt hingehört ok ich mach das zum ersten mal deswegen entschuldigt wenn das dann alles so ein bisschen chaotisch denn ist ok das ding braucht was um es anzumachen war vapor herzustellen ich wäre dafür dass hier so machen und all die gerätschaften denn einfach von oben anschließen also sprich dass das ding denn hierher kommt das weg ok das ding haben wir hier schon mal das wird nochmal das wird richtig lustig wo haben wir denn jetzt das kabel das muss ja auf jeden fall angeschlossen werden da muss ja mit dem connectoren hier muss ein connectoren ach ja der muss ja auch erstmal angeladen werden da machen wir ein höher wenn das denn geht am besten zwei höher dann machen wir das hier rum weil wenn wir das andere seite machen dann geht das nämlich nicht dann können wir das nämlich hier rum machen so und der kann dann immer hier rum gehen so dass das dann einigermaßen ordentlich aussieht so ah da kommen wir ja da brauchen wir gar nicht das reicht wenn wir hier eins haben so sieht das wenigstens richtig ordentlich aus so und dann müssen wir überall Connectoren dran machen so ach ne ach doch doch aber hier müsste eigentlich nur ein Kabel dazwischen weil äh die machen ja hinten alle drei nebeneinander dann alles und dann müssen wir auf jeden Fall noch Items machen sonst müssen wir hier jetzt echt zwei Stücke haben ob man da wo eigentlich mit anschließen kann an den System noch ein Künstler ob das wo geht also wir müssen das Ding jetzt haben so das Ding müssen wir haben dann müssen wir ja das Ding hier haben das ist ja auch egal irgendwas für eine Reihenfolge wie der Sim machen der muss da hin der muss da hin ich glaube wir brauchen den restlichen Raum gar nicht das heißt also den haben wir jetzt weg die beiden haben wir jetzt auch Infuser und Separator äh noch ein Separator weil besser ist es das wohl ach ne hier zwei und den Infuser ok das haben wir also mal die machen wir hier weg die Sink packen wir da auch mit hin die brauchen wir für Wasser ach ne du musst da hin ich habe keine Ahnung ob das gleich so funktioniert aber so jetzt gucken wir mal in kurz aus die haben wir jetzt auch alle da angebracht hoffe ich zumindest da ist noch einer aber es sieht ordentlich aus das wundert mich ich kann eigentlich nicht ordentlich so den ja ob die nachher brauchen ist eine andere Sache und dann sollten wir eigentlich zusehen aber dann geht die nicht auf ne eh ja oder wir machen das in diesen Barrel rein ja ich brauche aber vielleicht einen größeren weil wenn ich da mich sehr viel durchjage dann brauchen wir auf jeden Fall was größeres Fonds wir machen die 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 das wollten wir aber nicht so haben das war jetzt aber nicht so geplant das sollte eigentlich so eine große kiste sein und nicht irgendwie was limitiert okay also das heißt wenn ich die jetzt da rein mache haben wir eine ganz normale okay wenn ich jetzt die upgrades machen muss ich ja muss ich ja diese anderen teile haben so weg jetzt haben wir wieder upgrade ganz nach unten danke wir machen das erst mal wie macht das machen das so dann kann das hier schon mal weg dann haben wir gleich mehr platz wir haben bis gold dann machen muss das einfach bis die dritte und sagt so den namen von action sie ist perfekt aber das muss doch wie wir nachher aus das klappt okay angeschlossen ist alles wir müssen hier mal kurz gucken bitte aufgeladen damit aufgeladen zack so denn müssen wir zusehen dass wir hier mal noch ein machen dass wir gehen hier nach unten machen so jetzt müsste der ja eigentlich da sein so wie perfektomatik so denn habe ich hier nicht drum so strom habe ich schon mal so können wir jetzt jede maschine schon mal anschließen eigentlich dann haben wir wieder strom was hat er sich dann erholt hat überhaupt ja gut zu dann okay es war ein bisschen doof dass das denn gerade so von da kommt aber und dann müssen wir eins nach dem anderen ins system ach ja das im system müssen wir auch haben warte mal dann machen wir das so so denn gucken wir mal wir brauchen das ding wir brauchen energie umwandler energieabsentator und da ist die folge auch schon wieder vorbei okay ja die hier brauchen wir das ist item jetzt kommen die ganzen fassasen wird mal so nein so die mana cell wollte ich noch ganz gerne mit haben also es bedeutet dass wir denn hier ja hier wo ich den anschuss machen dann könnten wir da haben wir schon mal alles rein machen energieabsentator denn brauchen wir noch nach kraften brauchen wir eigentlich gar nicht nur noch ein ende für das ist doch egal oder ob man da jetzt so ein kraftig reinmacht oder nicht man wir machen das ja gerade alles per warte mal fluid haben wir schon chemical haben wir jetzt auch item brauchen wir eigentlich gar nicht im moment auf jeden fall nicht das brauchen wir ja nicht man und chemical die fluide brauchen wir noch chemical chemical habe ich habe ich reingepackt richtig nein habe ich gar nicht mehr reingepackt weil ich hatte gar keinen platz mehr alles klar das war das so dann haben wir schon auf jeden fall drinnen erst mal wir brauchen erst mal noch kabel wäre jetzt noch ganz nett kabel 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 ja da ist es und dann brauchen wir noch auf den terminal was ist das denn okay also brauchen dafür noch ein kabel dann brauchen wir hier noch einen anschluss und dann muss da noch strom rein ich weiß nicht ob das jetzt damit klappt aber wir probieren es einfach mal aus würde ich sagen und dann müssen wir ja warte mal wir müssen noch ein kabel oben ran machen weil wir müssen da ja auch noch die ganze sachen irgendwie reinführen und ich habe keine ahnung wie das geht kann ich gleich sehen hab ich die jetzt angebot ne hab ich noch gar nicht reingepackt ähm warte mal so wo ist es mal rum nein warte mal welcher ist denn das das ist der noch und dann da muss strom auf jeden fall rein der läuft sowieso gerade nicht dann müssen wir denn mal gucken wie viel wie wofür machen oder ob wieder ein paar mehr chemische sagt man noch mal mit sehr viel gasen arbeiten dann müssen wir dann mal kurz kommen das machen oder ob wir das noch mal mit gas teilen auffüllen weil was haben dann müssen wir jetzt nicht unbedingt einspeichern aber die jeprine das ist ja auf jeden fall was wir einspeichern müssen aber das sehen wir aber dann tatsächlich in der nächsten folge bis dahin sage ich tschüss und ciao ciao